Autismus, Asperger-Syndrom und posttraumatische Belastungsstörungen. Sehr viele von euch haben sich ein Video zu diesem, ja, ich sage einmal, Spezialthema gewünscht. Und dem möchte ich natürlich nachkommen. Tatsächlich ist es so, dass man im Internet, aber auch in Büchern praktisch überhaupt nichts dazu findet. Zum Beispiel zu der Fragestellung, ob Autisten überdurchschnittlich häufig an einer PTBS leiden. Der Grund ist, dass es auch keine Forschungen zu diesem Thema gibt. Es gibt praktisch keine einzige Studie, die so eine Frage einmal untersucht hätte. Auch ich, das wissen ja meine Abonnenten inzwischen, habe in meinem Leben in den letzten, ja, 10 Jahren Hunderte von Autisten kennengelernt. Ja, das ist ganz klar, das ergibt sich sehr schnell, wenn man mit größeren Gruppen arbeitet, in denen Autisten sind. Da hat man natürlich einen gewissen Durchlauf. Fakt ist aber auch, dass eine PTBS ja mehr ist als nur Schlafstörungen oder eine reine Stresssymptomatik, sondern ein sehr eng umgrenztes Störungsbild. Und deswegen könnte ich, selbst wenn ich Diagnosen vergeben würde, nicht sagen, noch gar nicht abschätzen, wie viele der ganzen Autisten, die ich kennengelernt habe, an einer PTBS leiden. Das ist also ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich habe mich diesbezüglich auch mit der Autismus-Expertin Daniela Dankova kurz geschlossen, deren Buch ich auch in einem meiner letzten Videos vorgestellt habe. Ich mache in diesem Video nochmal eine Einblendung, bezahlte Promotionen, bezahlte Werbung, weil ich sie und das Buch jetzt erwähne. Ja, es gibt leider bei YouTube keine andere Einblendung für nicht bezahlte Promotionen oder was weiß ich. Spielt auch keine Rolle. Ich habe sie auf jeden Fall nach diesem Thema gefragt und habe gesagt, hey, können Sie mir nicht nochmal, haben Sie Informationen zum Thema Autismus und PTBS? Ich habe keine und ich finde keine. Ja, sie sagte mir, dass es wohl tatsächlich keine Studien geben würde zu dem Thema. Sie würde zumindestens keine kennen. Sie hat mir allerdings mitgezahlt, dass es die Vermutung gibt, dass Menschen mit Autismus überdurchschnittlich häufig an einer PTBS leiden könnten. Ja, wohlgemerkt, das ist eine Vermutung. Es gibt darüber keine gesicherten Daten, weil ihre Reizverarbeitung und ihr Gespür vor soziale Reize eben durch den Autismus beeinträchtigt ist und sich diese Betroffenen deswegen ja übermäßig häufig in Situationen hinein manövrieren, in denen es zu Traumata kommt, ja, in denen es zu Übergriffen kommt, eventuell sogar sexueller Art und so weiter und so fort. Und dass diese Autisten dann infolge dieser Traumatisierungen eventuell überdurchschnittlich an einer PTBS leiden könnten, beziehungsweise diese entwickeln. Ich persönlich, auch wenn es keine Studien dazu gibt, würde mich dieser Vermutung anschließen. Ich würde sagen, ich vermute das Gleiche. Ich bin persönlich tatsächlich davon überzeugt, dass Autisten überdurchschnittlich häufig an einer PTBS leiden könnten. Denn es gibt ja nicht nur eine einfache PTBS, sondern es gibt auch eine komplexe PTBS, ja, die kann sehr, sehr zeitverzögert zum einen auftreten, nach vielen, vielen Monaten bis Jahren sogar. Schaut euch dazu mein Video zur PTBS an, das ich kürzlich veröffentlicht habe, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und eine solche PTBS muss nicht nur durch einzelne schockartige, ja, Situationen, Erlebnisse ausgelöst werden, wie Naturkatastrophen, ja, das steht so im Diagnosekatalog als eine mögliche Ursache oder ein Autounfall oder was weiß ich, sondern kann auch durch die, ja, durch die Stöße, durch die Mörser-Methode natürlich durch immer und immer wieder stattfindende, ein Häkchen kleinere Übergriffe sich entwickeln. Und wir wissen halt nun mal, das werden 99 Prozent meiner autistischen Zuschauer hier bestätigen können, dass Menschen mit Autismus, Menschen mit Asperger-Syndrom fast immer in ihrer Kinder- und Jugendzeit und später eventuell sogar noch auf der Arbeit Opfer von zum Beispiel Mobbing werden, ja. Und wir können uns das sehr, sehr gut vorstellen, dass schwere Formen von Mobbing, insbesondere wenn es über viele, viele Jahre bis Jahrzehnte stattfindet, einen so sehr traumatisieren könnte, ja, psychisch so sehr, ja, verbeulen könnte, dass man dann im Endeffekt mit einer PTBS dasteht. Außerdem machte Frau Dankoffer mich noch auf einige Äußerungen aus Richtung Universitätsthinikum Freiburg, also Ludger Theber, Zwan-Elst, Andreas Riedel und so weiter, ja, die üblichen Verdächtigen aufmerksam, die sich zu diesem Thema geäußert haben, Autismus und PTBS. Die PDF, in dem man diese Äußerungen findet, verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung, genauso wie das Buch übrigens nochmal von der Frau Dankoffer, wer daran Interesse hat, ist ein sehr interessantes Buch. Die sagen, dass auch ihrer Erfahrung nach, ja, in der Spezialsprechstunde für Menschen mit Autismus überdurchschnittlich Menschen mit Autismus Symptome aufweisen, die denen einer PTBS ähneln. Wichtig ist es hier festzuhalten, das Wort ähneln, die Betonung liegt auf ähneln. Also auch hier wird nicht gesagt, dass diese Menschen mit Sicherheit eine PTBS haben. Sie können auch einfach nur Symptome haben, die den Symptomen einer PTBS sehr, sehr ähnlich sind. Und stellen dazu noch einige sehr interessante Theorien in den Raum, woran das liegen könnte. Sehr, sehr interessant. Also bleibt jetzt auf alle Fälle dran. Und zwar wurde zum einen natürlich gesagt, dass Autisten eventuell durch ihren Autismus geringere Fähigkeiten hätten, ja, traumatische Erfahrungen oder Traumata abzuwehren. Dass also Autisten, was das anbelangt, ich sage einmal, relativ dünnhäutig wären, wenn ihr diese Redewendung kennt. Ja, zweitens wurde vermutet, dass das daran liegen könnte, dass Menschen mit Autismus, und das ist jetzt wirklich interessant, eine Autismus-spezifische Verarbeitung von Gedächtnisinhalten haben, dass sie sich an Ereignisse aus der Vergangenheit, die ausdrücklich eben nicht traumatisch waren oder zumindest nicht sehr traumatisch, so zurückerinnern, als wären sie traumatisch gewesen und infolgedessen eine PTBS entwickeln. Oder zumindest Symptome, die dem sehr, sehr stark ähneln. Ich finde, das ist, auch wenn völlig unbewiesen, eine sehr, sehr interessante Theorie. Das würde allerdings heißen, dass Autisten, wenn das stimmt, eventuell eine genetische Veranlagung zum Unglücklichsein haben. Und das ist doch wirklich starker Tobak. Ob das nun stimmt oder nicht, dieses kleine Gedankenexperiment sollte uns aber noch einmal Anlass sein, uns selber zu ermahnen, dass wir bitte, bitte im Hier und Jetzt keine verbitterten, grießgrämigen Menschen sind, ja, und schon gar nicht werden. Denn es wäre ja sehr schade, wenn später auf unserem Grabstein der Spruch stünde, er war ein Grießkram oder er war so verbittert. Und der liebe Herrgott, ja, weiß in Wahrheit, es gab dazu gar keinen Anlass. Das Leben war, unser Leben war eigentlich völlig okay. Es gab eigentlich keine oder nicht so viele Traumatisierungen, wie gesagt. Ich weiß, wie es ist, wenn man in der Schule richtig hart rangenommen wird. Das ist völlig klar. Aber dass es nicht den Anlass gab, verbittert zu werden und wir einfach nur aufgrund unserer Gedächtnisverarbeitung verbittert werden, weil wir uns an unsere Vergangenheit, die eigentlich akzeptabel war, so negativ zurückerinnern und sagen, unser ganzes Leben ist richtiger Mist. Ja, deswegen motiviert euch auf jeden Fall nicht, verbittert zu sein. Es kann sowieso nicht das Ziel sein, verbittert zu sein. Think positive, ja, immer positiv bleiben. Ja, denn ich möchte jetzt einfach mal behaupten, dass wenn zwar auch nicht nur, aber doch zu einem großen Teil ein verbitterter Mensch zu sein, auch etwas mit der eigenen inneren, bewussten Einstellung ist. Wir können uns dazu entscheiden, ein verbitterter Mensch zu werden oder nicht zu sein. Ja, und wir sollten uns alle dazu entschließen, keine kriegsgrimmigen Personen zu sein. Ja, meine Lieben, soviel zum Thema PTBS und Autismus. Es gibt praktisch nichts dazu. Wenn ihr doch eine Studie kennen solltet, die untersucht hat, ob Autisten überdurchschnittlich häufig eine PTBS haben, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Da bin ich sehr gespannt. Das würde ich mir sehr gerne mal durchlesen. Ja, in jedem Fall hoffe ich natürlich, dass keiner von euch eine PTBS entwickelt hat. Ja, falls ihr euch für das Thema noch mehr interessiert, noch mehr speziell zum Thema PTBS wissen wollt und mein Video, ich sage es nochmal, nicht gesehen habt, verlinke ich durch das Video zur PTBS jetzt gleich in wenigen Sekunden im Video abspann. Da müsst ihr nur draufklicken und auf meinem Kanal nicht mehr danach suchen. Für heute, meine Lieben, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen konnte, dass ich euch inspirieren konnte. Hoffe, dass es euch allen gut geht, meine Lieben. Haltet die Ohren steif. Ich wünsche euch nur das Beste. Und ich denke doch, wir sehen uns beim nächsten Mal.